Das Odenwald ABC heute. Haar wie Hölzerlieb. Der Hölzerlieb hieß ja eigentlich Georg Philipp Lang und ist aus der Ecke von Fulda gekommen. Geboren war er 1776 und von Beruf war er Räuberhauptmann und Anführer von der Hölzerliebsbande, die auch da bei uns im Odenwald ihr Unwesen getrieben hat. Ob der besonders heimatverbunden war? Tja, die meisten Menschen im Odenwald sind das ja. Und in vielen Dörfern gibt es Heimatvereine und Heimatmuseen, so wie bei uns. Da lernt man zum Beispiel auch, wie das früher mit dem Heuernten dazu ging, wenn alle zusammenhelfen mussten, Männer, Frauen, Kinder, alles mühsame Handarbeit. Und die Hauserbet, oje, die war auch das ganze Jahr mühsam. Es gab bloß eh ähnliche Heizungen in der Küche, war es der Holzherd. Und auf dem ist einer gebacken worden. Und die Hauserbet, oje, die haben wir auch das ganze Jahr mühsam. Und bei uns, wenn alle sehr verehrten, wenn alle und ein und ein und einigreifteniche H köpte. Und das ist voll, wie das heißt, dass das ganze Jahr mühsam. Und in der Küche sind das ganze Jahr mühsam. Und das ganze Jahr mühsam. Vielen Dank.